Die Mutter mit der Doktor und der Papa mit dem Sohn und wenn man dem Wetter ist, ist alles ein Highlight von der Dörferin und da sollte man das wählen. Gäbe es die nicht, wäre ich kein Papa. Und demnach finde ich das eigentlich eine gute Sache, mit ihr den Vater dabei zu machen. Eins, aber ein Papa sollte gemeinsam die Länge spaßen. Und dass viele Kinder ja auch lieben, es fußen die. Ja, und ich will natürlich hierher kommen, haben Sie gesagt, aber ganz schlecht. Genau, denn aus der Traum vom deutschen Finale in der Champions League, der Bayern München trifft, Real Madrid dort auch, Paul Zettel. Denn die Bayern verlieren in einem dramatischen Spiel, der Real mit 1 zu 2. Und so beendet die erste komplette Saison, und das kommt dann in den Film auf Corona eigentlich. So, das wäre das so. Klaus mit Applaus und jeder nenne Frust. Doch der Tomspammer kehrt nach dem Spiel, kommt bei den Bayern-Profis kaum an. Einen großen Kampf, einer überragenden Meinung, ein neuer im Tor. Stimmen Sie sich gegen der Armbatt. Stimmen Sie sich gegen die Mitte der Einglinge zu machen. Vielen Dank.